Ja, moin Leute, willkommen auf dem Kanal, willkommen zu Barcarts reagiert. Eine weitere Folge über die Netflix-Serie World War II from the Frontlines, also eine Farbdokumentation über den Zweiten Weltkrieg, ist in verschiedene Bereiche gestaffelt. Wir haben es ja schon vor über zwei Wochen versucht, Filmsequenzen zu analysieren und dann anhand der Start-Stop-Geschichte zu sagen, das ist das Fahrzeug, da sieht man gerade das oder so. Das hat nicht funktioniert aufgrund von rechtlichen Problemen, also das sogenannte Copyright oder die Copyright Strikes, dann kann man das einfach nicht zeigen. Deswegen habe ich mir wieder ungefähr 20 Fotos rausgesucht aus diesem Berichtsanteil, der nun den Westfeldzug abbildet und da zeige ich euch die Bilder und erkläre euch ein bisschen, was man auf den Bildern sieht. Und ich hoffe, das ist etwas, naja, lehrreich. Ich hoffe, ich kriege das auch alles hin und ich erzähle auch alles richtig. Ich muss dazu sagen, beim ersten Teil gab es zwei, drei, ja, Fehler würde ich nicht sagen, aber Bilder, wo gesagt worden ist, ich glaube, das hast du nicht richtig erzählt. Und das will ich hier kurz klarstellen. Okay, was haben wir noch? Ja, das sind Bombenkisten, auch Luftwaffe natürlich. Das sind, wenn ich richtig das erkennen kann, die SC-50 Bomben, also 50 Kilo. So, da steigen wir mal ein. Also, wir waren der Meinung, SC-50 Bomben, einer von den Zuschauern schreibt, er ist der Meinung, das sind hier SC-10, also 10 Kilogramm Bomben. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Geschichte, wo wir uns nochmal drum kümmern müssen. Und das zweite kommt jetzt, genau, da haben wir nochmal bei Minute 10, hier wird gesagt, es ist eine ganz frühe BF 109 von auch wieder einem Kameraden. Und ich muss sagen, es ist immer nicht so einfach für mich bei der Luftwaffe. Wir haben noch einen Kommentar und da muss ich sagen, Adlerauge sei wachsam. Hier erkennt der Zuschauer, dass wir hier ein Abzeichen vom Jagdgeschwader 51 haben, also Gottstrafe England und eine Rabe mit einem Regenschirm. Jetzt, wo ich das sehe, kann ich das auch erkennen. Also, das finde ich schon mal wirklich interessant, was einige Leute wirklich so drauf haben. Also, das ist unfassbar. Aber zu dem Flugzeug habe ich hier noch eine Geschichte, das muss ich mal raussuchen hier. Da waren auch wieder ein paar Luftwaffenspezialisten, die wirklich ganz, ganz genau wissen, worum es hier geht. Und da muss ich immer, was heißt immer, da muss ich tatsächlich passen, wenn es um die Mi 109 und ihre 15.000 Varianten geht. Okay, warte mal, das ist hier. So, ich habe es jetzt gefunden. Also, hier schreibt jemand, bei Bild, also bei Minute 10, oder sind wir ja ungefähr, also 935, also es geht hier um die Mi 109, schreibt jemand, das ist es eine E3. So, und dann geht das hin und her. Ich würde sagen, das ist eine B2, Kanone ist dann anders. Und, also da geht es hier ganz hin und her. Ich will es jetzt nicht final sagen. Dann ist hier eine F4 genannt und so weiter. Also, da streiten sich die Geister noch. Also, ich will mich da nicht festlegen. Auf jeden Fall, das, was ich gesagt habe, scheint dann wohl nicht gestimmt zu haben. Und deswegen müssten wir das erstmal noch revidieren, ja. Das waren erstmal so die Sachen, wo ich ein bisschen unsicher war, beziehungsweise wo ich wahrscheinlich was Falsches erzählt habe. Dafür machen wir das ja. So, jetzt steigen wir mal in die neuen Bilder und die schauen wir uns zusammen an. Vielleicht finden wir da auch noch das eine oder andere raus. So, Freunde, dann legen wir mal los. Ich hoffe, das kriegen wir hin mit dem Programm hier. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Kann sein, dass ich zwischendurch mal wegschneiden muss. Aber hauptsache am Ende des Tages kriegen wir alles zusammen. Okay, also gehen wir los. Gehen wir los. Starten wir mit der Geschichte Einmarsch in Westeuropa, Mai 1940, aus der Netflix-Reihe World War II from the Frontlines. So, also der geneigte Panzerspezialist wird es natürlich gleich erkennen. Wir haben hier vor den Augen ein Panzer IV kurz, also kurz Stummel auch genannt, 7,5 cm Kanone. So, das kann ja auch nur eine Ausführung D wie Delta sein, weil hier auf der Walzenblende ist ja noch diese Zusatzplatte verschraubt und man sieht hier noch, dass es eine einteilige Luke ist für den Richtschützen. Bei den späteren Modellen waren diese Luken zweiteilig. Was man hier vermisst, ist der sogenannte Antennenabweiser. Das ist so ein Metallteil, das hier unten noch aufgesetzt war. Wenn die Kanone sich gedreht hat und ist dann gegen die Antenne gekommen, dann wurde die Antenne quasi durch diesen Abweiser nach unten gedrückt. Also ganz klar Panzer IV, 7,5 cm Kanone, Ausführung D. So, ich muss hier nochmal auf meine Tastatur gucken, damit ich auch den richtigen Knopf finde. Ja, auch hier wieder selbe Spiel, Panzer IV, Ausführung Delta. Da sieht man auch nochmal hier die Kappe drauf für den Staubabweiser. Kommandant steht hier schön im Turm, hat natürlich seine Head-Sets, nein, seine Kopfhörer auf. Die meisten Panzerkommandanten hatten ja immer eins auf dem Ohr für den Sprechfunkt und einen nicht auf dem Ohr, also nach oben geschoben, damit sie die Umgebungsgeräusche hören konnten. Hier die beiden Kameraden, Ladeschütze, Richtschütze, auch Klappe auf, wunderbar. Wer nicht weiß, was das hier ist, diese Teile, das sind quasi Blenden. Darunter ist ein Guckloch, wenn man das von innen betätigt, wird dieser schwere Stahlblock angehoben, man kann rausgucken. Und durch diese Form ist er natürlich so, dass die Geschosse abprallen bzw. abgewiesen werden. Interessant ist bei diesem Bild auch noch, das ist natürlich für euch hier nicht ganz so groß, ich versuche das mal ein bisschen größer noch zu machen. So, ja, so kriegen wir das noch hin. Ihr seht hier Panzermann, Panzertotenköpfe auf dem Kragenspiegel, die Panzerjacke an, hier den Adler drauf, alles gut, Funkanlage, supi. Alle haben Schiffchen auf, also keine Panzerschutzmütze mehr wie im Polenfeldzug. Und hier sieht man schon das Panzerkampfabzeichen und hier auch noch das Kraftfahrerbewährungsabzeichen. Ich weiß nicht, ob ich es hinterher, wenn ich es schneide, noch einblenden kann, wenn ich es einblenden sollte. Das ist quasi so ein Lenkrad, das war also ein Bewährungsabzeichen, wenn man halt als Soldat Fahrzeuge vernünftig führt über längere Zeit, konnte man dieses Abzeichen sich verdienen, wurde dann auf den Ärmel genäht. Ich bin der Meinung, das ist so ein Abzeichen. Wenn jetzt wieder jemand mit Adlerauge kommt und sagt, das ist was anderes, nehme ich das gerne an. Auf jeden Fall für mich ein Kraftfahrerbewährungsabzeichen. So, nächstes Bild, auch wieder ein Panzer IV. Hier sieht man allerdings den Abweiser für die Antenne, also dieses Metallteil, was bei einer Drehung natürlich die Antenne runterdrückt. Hier sieht man auch die schönen, die Capula, beziehungsweise die Copula, die, man sagt ja, Kommandantenkoppel dazu. Und hier auch die Tür für den Ladeschützen, beziehungsweise die Luke, Entschuldigung, für den Richtschützen in einem Stück. Und die Nummer auf dem Turm 301. So, ich habe das mal so gelernt, dass das immer so ist. Also ein Panzer ist ja in einem Panzerregiment. Ein Regiment besteht aus Kompanien, Zügen und einzelnen Panzern. So, das heißt, dieser Panzer sollte, wenn mich nicht alles täuscht, zur dritten Kompanie gehören. Normalerweise, wenn hier eine 1 wäre, der erste Zug und im ersten Zug der erste Panzer. Da hier aber eine 0 ist, müsste es eigentlich dann der Stabszug sein. Weil jede Kompanie hatte ja ersten, zweiten, dritten Zug und in der Regel einen Stabszug. Und der hatte dann keine Nummer 1, 2, 3, 4, sondern eine 0. Da könnt ihr mich auch gerne korrigieren. Nein, ich habe das mal so gelernt und deswegen würde ich sagen, das ist tatsächlich bei der Nummerierung der Panzerfahrzeuge so gewesen. Gut, nächstes Spiel. So, bei der Analyse habe ich gedacht, das kann ja eigentlich nur ein Richtschütze sein. Aber ich bin dem Fehler aufgesessen, dass es ja ein sogenanntes Kraftfahrersichtgerät gab. Das hat auch eine bestimmte Bezeichnung. Hier konnte der Kraftfahrer quasi durchschauen, wie durch ein Fernglas. Und vorne im Panzer waren zwei Löcher. Ich habe euch nochmal hier ein Bild rausgesucht. Da kann man das nochmal genau sehen und das hat auch eine Bezeichnung. Das habe ich mir aber auch aufgeschrieben, beziehungsweise hat Alex uns aufgeschrieben. Und zwar ist das das Fahrerfernrohr. Das ist tatsächlich vom Fahrersitz aus aufgenommen. Das ist natürlich leichter zu erkennen als dieses Foto, was ja die ganze Zeit durch die Gegend geistert und wir nicht wissen, welcher Panzer das ist. Aber gut, machen wir mal weiter. Ja, also auf dem Bild würde ich sagen, und ich habe mich da nochmal mit Alex abgestimmt, dass wir hier jeweils Panzer 38T vor uns haben. Also einmal diesen hier, Panzer 38T, sieht man an den Laufrollen, ist relativ einfach zu erkennen. Also 38T ist 38er T für Tschechei. Und das Foto wurde aufgenommen von einem anderen Panzer. Und auch das müsste ein 38T-Panzer sein, weil man sieht das Kanonenrohr hier mit dieser Vorwölbung und die Antenne. Das sollte also auch ein 38T sein. So, bussen wir auch mal ein bisschen auf. Ja, relativ gut das Bild zu erkennen. Also was sehen wir hier? Wir sehen erstmal einen Panzermann, der einen Stahlhelm auf hat. Das ist schon mal ganz, ganz selten, weil Panzerleute in der Regel keine Stahlhelme getragen haben, sondern die Sturmgeschützleute haben das. Das heißt, wir identifizieren hier ein Sturmgeschütz. Welches genau, würde ich jetzt nicht sagen können. Wir sehen aber auch rote Waffenfarbe hier. Leutnant, Sturmgeschütze, rot unterlegt, passt. Er hat hier ein sogenanntes Scherenfernrohr oben aus der Luke raus. Das heißt, er kann das Kampffeld beobachten, ohne den Kopf rauszustrecken, wobei er jetzt wahrscheinlich gerade irgendwas anderes macht und nicht das Feld beobachtet. Also Sturmgeschütz, Offizier mit Scherenfernrohr. Ja, und hier ist es schon wieder das Bild, was keiner erkennt. Wir hatten in den Kommentaren schon jemand, der hat gesagt, nein, das ist auf jeden Fall ein Tiger. Das sieht man bei der Reihe World of Tanks, Under the Hatchet oder so, oder Under the Hedge. Keine Ahnung, wie das genau heißt. Und das habe ich mir angeguckt und habe versucht, das zu vergleichen. Also es ist uns immer noch nicht gelungen. Es ist auf jeden Fall kein Tiger-Panzer. Wenn mir jemand ein Bild schickt, wo das genauso aussieht und das ist ein Tiger, dann glaube ich das. Für mich ist das kein Tiger. Alex ist auch der Meinung, es ist kein Tiger. Wir haben es noch nicht rausgefunden. Das wird noch ein bisschen durch die Gegend wabern. Es reicht mir aber auch nicht, Freunde, wenn ihr mir einfach schickt. Das ist der und der Panzer. Ich brauche schon knallharte Beweise, also eine Innenaufnahme von irgendwas, wo man sagt, das ist dieses Fahrzeug. Das kann man dann auf dieses projizieren und dann weiß man genau, dass es das auch ist. Gut, das ist relativ einfach hier. Die Biester, die kennt ihr auch von World of Tanks. Das sind die sogenannten Renault FT-Panzer hier mit diesem, ja, ich sage mal, dem Grabenwerkzeug, damit die, wenn sie durch den Graben fahren, auch wieder rauskommen. So habe ich das mal gelernt. Ob das wirklich so stimmt, weiß ich bei den Franzosen nicht. Ist überhaupt nicht meine Panzerwaffe. Ich finde die Dinger auch nicht so richtig toll. Auf jeden Fall ein französischer Renault FT. Ja, das ist auch relativ einfach zu erkennen. Das ist, wo sie durch die Adennen durchnageln, weil so viel Baumbestand ist. Also ein Panzer II mit einem 2 cm Geschütz, beziehungsweise mit der Kanone hier oben drin und noch ein Koexial-MG parallel alle Luken zu. Und das Ding nagelt hier durch die Botanik, als ob es keinen Morgen mehr gibt. Gut, weiter geht's. Das ist eine Aufnahme, das ist ein bisschen schwer, also war schwer zu stoppen. Okay, also Sonder-Kfz 25010, also ein Zug-Kfz für die Packbesatzung. Wir haben hier eine 3,7 cm Pack, die hinterher gezogen wird. Und die Jungs sitzen hier in dem offenen Wagen drin. Ist auch nicht großartig bewaffnet, das Ding. Also es zieht die Pack. Man kann wahrscheinlich noch Munition hinten reinpacken oder hat die noch an der Seite mit dabei. Und das ist halt ein schneller Packzug, würde ich sagen. Ich kann das nochmal ein bisschen vergrößern. Genau, da sieht man das wieder nochmal ein bisschen besser. So, weiter im Text. Opa, da habe ich schon einmal doch zu viel. Ja, also. Motorisierte Artillerie. Das ist das, was mir vorhin nicht eingefallen ist. Eine SIG 33, 15 cm geschützt auf dem Fahrgestell Panzer 1B, meine ich. Das ist jetzt hier so ein bisschen schlecht zu sehen. Aber wir haben da noch ein Bild von. Und da kann man das ganz genau sehen. Also die haben ein 15 cm Geschütz hier oben drauf geschraubt, die Kameraden. Dann ein bisschen Metall rundherum, damit die gegen Splitter und Infanteriewaffen geschützt sind. Und dann eben motorisiert, dass dieses schwere Geschütz halt fahren kann. Das ist natürlich kein Geschütz, das weit schießt. Also ein Infanteriegeschütz ballistisch eingesetzt. Und hat hier quasi den Auftrag in dieser Stadt, die, ich sage mal, Widerstandsnester zu zerstören mit der 15 cm Kanone. Nun muss man auch wissen, wir haben ja ein Video gemacht auf dem anderen Kanal über den Sturmpanzer. Das ist quasi der Vorfahre von dem Sturmpanzer. Man fährt irgendwo hin, man hat ein großes Geschütz mit unheimlicher Zerstörungskraft und kann quasi Häuser zusammenschießen. Also wenn wir das über uns überlegen, Sieg mit dem 15 cm Geschütz, also Sieg 33, dann der Sturmpanzer. Und wenn er es dann auf die Spitze treibt, der Sturmtiger. Ja, das würde im ersten Moment aussehen wie ein Panzer IV, ist aber tatsächlich ein Panzer III. Das sieht man hier noch, also die Ketten sind schmaler, der Aufbau ist anders, die Kanone ist viel kleiner, die Abmessungen sind anders. Also das ist auf jeden Fall ein Panzer III, hier die Klappe ist offen vom Richtschützen und die haben noch die Panzerschutzmützen auf. Da bin ich jetzt ein bisschen hin und her gerissen, ob das schon Frankreich ist oder vielleicht noch ein Bild aus Polen, da bin ich nicht ganz sicher. Aber vielleicht weiß der ein oder andere es besser, aber auf jeden Fall haben wir hier ein Panzer III. Ja, das ist auch relativ einfach, das sind die Engländer, also die Briten, das sieht man schon an den Stahlhelm, die die tragen, also das Steel Head, so haben die es ja genannt, meine ich. Und das ist ein sogenannter Bren Carrier, also so ein Allround-Fahrzeug, das die Engländer zum Ziehen, zum Transportieren, zum Munitionstransportieren und so weiter benutzt haben. Also diese kleinen Hutsche Fiedels, die waren wohl extrem schwer zu fahren und die waren auch extrem laut und die hatten eigentlich nichts, außer dass sie ein bisschen geländegängig waren. Ja, und dann sieht man hier auf dem Bild auch noch einen Engländer, der hat noch ein Bren MG, also ein Maschinengewehr, hier mit Standfüßen, das kann er noch einsetzen, also kann auch sein, dass das ein MG-Zug ist, der hier links nagelt. So Leute, jetzt wird es wieder ein bisschen tricky, weil wir jetzt nur noch Flugzeugbilder haben und das ist ja nun gar nicht meine Welt. Also das ist auf jeden Fall eine Spitfire, die hier abkippt, das wird sicherlich kein Deutscher aufgenommen haben, das werden also Aufnahmen sein von den Engländern selber. Und ihr müsst es mir nachsehen, ich will hier nichts Falsches erzählen, ich habe mir tatsächlich beim Durchfliegen der ersten Bilder die Daten und Fakten zu den Flugzeugen rausgeschrieben, weil ich das einfach nicht weiß. So, gucken wir mal weiter und wie gesagt, ich habe es mir aufgeschrieben, damit wir da auch keine Fehler machen und das nicht in den Kommentaren nachher nochmal lesen müssen. Also das hier ist eine M109, ich meine, das habe ich auch alleine rausgekriegt. So, eine frühe Emil mit DB601 Motor, das erkennt man am Drei-Blatt-Verstellung-Propeller, so hat Alex mir das hier aufgeschrieben und dem kleinen Kinnkühler. Ich würde mal sagen, das wird dann wahrscheinlich der hier sein, das ist ein Ölkühler und die Hutze für die Ladeluft an der Seite, das wird dann wahrscheinlich das hier sein oder das hier sein. Ja, könnt ihr mich gerne korrigieren, könnt mich auch auslachen, aber wie gesagt, ich bin kein Flieger, mein Spezialgebiet ist eigentlich mehr Infanterie und Panzerei. Gut, das sollte erstmal das sein zur E109er. Das ist eine U87, das ist auch nicht so schwer. Pilot sieht man hier, den Heckschützen sieht man hier und ich glaube, das ist eine B1-Ausführung. B1, ja, aber ich glaube, die hatten wir im anderen Video auch schon, das Bild, oder? Bin ich nicht ganz sicher. Naja, auf jeden Fall eine B1, das war nicht so schwer. Ja, das sind auch die sogenannten Spitfires mit der ZD-Codierung. Hier sieht man das und das habe ich auch nochmal rausgekriegt, das ist das Squadron 222. Da ist unter anderem der Douglas Bader geflogen. Das ist auch nochmal vielleicht interessant für die Luftwaffenspezialisten unter euch. Ja, und jetzt wird es richtig wichtig, weil da habe ich auch tatsächlich noch den Nils beauftragen müssen, weil ich das selber überhaupt nicht wusste und nicht rausgekriegt habe. Also, das ist mehrhundertneun ganz klar. Das Geschwader führt hier den Tatzelwurm drauf. Das ist tatsächlich ein Tatzelwurm und das ist quasi ein Flugzeug, beziehungsweise wahrscheinlich die hier auch, vom Jagdgeschwader 3. Und jetzt haben wir hier auch nochmal diese gelbe Schnauze. Das wurde ja auch eingeführt, als die England, also die Jagdflieger, die nach England rüber sind oder der Hämmerkanal und wieder zurückkamen, an der Küste oft von der deutschen Flak beschossen worden sind. Dann hat man gesagt, wir malen jetzt die Nasen gelb an. Dann sieht die Flak gelbe Nase, deutsche Maschine. Ich schieße da mal keine Grüße hoch. Und deswegen waren einige Maschinen vorne gelb angestrichen. Und wie gesagt, Tatzelwurm, Jagdgeschwader 3, könnt ihr mal googeln. Das waren erstmal die Fotos, die ich rausgesucht habe. Ich schalte nochmal um. Genau. Ja, ein bisschen holperig nachher. Da muss ich mich für entschuldigen, für die Flugzeuggeschichten. Ich versuche das alles so gut es geht aus der Hose zu erzählen. Aber ein paar Sachen muss ich tatsächlich auch nachschlagen, damit das auch hier Hand und Fuß hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen, den Teil Westfeldzug. Ich werde dann in zehn Tagen wahrscheinlich den nächsten Teil machen. Mir raussuchen das nächste Stück. Wieder ein paar Fotos raus. Ja, also Bildschirm-Screenshots heißt es ja machen. Und die mit euch besprechen. Wenn ich was falsch erzählt habe oder ihr wisst es noch ein bisschen besser oder noch ausführlicher, super gerne in die Kommentare. Ich würde mich auch freuen, wenn wir mal was ausprobieren würden, wenn jeder einen kurzen Kommentar schreibt. Wir gucken sich ja so 10.000 Leute an. Es sind aber immer nur so 100 Kommentare. Und es sind aber auch nur 3.000 vielleicht Daumen hoch oder 2.000 Daumen hoch. Also wenn ihr das schlecht findet, könnt ihr das hier nicht mehr bewerten. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr mal, wir machen mal einen Test. Wenn ihr alle einen Daumen hoch da lasst, gucken wir mal, wie der Algorithmus das Video findet. Und wenn ihr alle einen Kommentar schreibt, ich weiß, es ist immer Arbeit, aber wenn ihr einfach nur, vielleicht schreibt ihr auch nur drei Zahlen, 1, 2, 3 oder GUT oder was auch immer euch einfällt. Dass wir ganz viele Kommentare zusammenkriegen und vielleicht schießt dieses Video dann ja höher im Algorithmus und wird viel mehr Leuten vorgeschlagen, damit viel mehr Leute wissen, hey, gibt es einen Kanal, hier wird euch noch ein bisschen was vermittelt, hier könnt ihr noch was lernen. Also Spezialisten können nichts mehr lernen, aber der eine oder andere bestimmt auch. So, ich habe meine Worte verbraucht für heute. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Und in ein, zwei Wochen gibt es dann den nächsten Teil. Bis dahin bleibt gesund und macht's gut.